Ja, hallo ihr Lieben, Christian Witschermeyer, Partneraport, Zymusko, Sprungpsychologe und so weiter und so fort. Nächstes Mal Videoblock. Nur noch heute, ich weiß nicht genau wie lange, gibt es meinen Verlustangstkurs verbilligt. Ich werde das heute im Laufe des Tages, wenn ich den Normalpreis einstellen, wenn du da noch einsteigen willst. Und heute haben wir das Gute-Laune-Thema, wie finde ich bindungssichere Menschen, vor allem wenn ich so eine Historie habe von einer bindungsunsicheren Beziehung nach der anderen. Von der Zuschauerin, die sagt, ja, dass sie sich so sieht mit emotional instabilen Anteilen. Aber wie gesagt, ich gebe immer nur auf die Beziehungskomponente ein. So, hallo Christian, ich habe mal eine Frage, wie öffne ich mich für bindungssichere Menschen? Ich habe den Eindruck, langsam aufzugeben. Ich bin Anfang 30 und leide unter emotional instabilen Anteilen. Ich habe eine Parade toxischer Beziehungen hinter mir und ich habe das Gefühl, mit dem Thema Partnerschaft langsam aufzugeben. Ich mache schon lange Therapie und lerne mich und meine Muster gut, aber trotzdem ist es eine dicke Aufgabe mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Ein bisschen ist noch die Hoffnung da, dass es vielleicht mit einem bindungssicheren Menschen besser klappen könnte. Mit denen habe ich nämlich beziehungsmäßig wenig zu tun. Und ich frage mich auch, würde sich so jemand für mich interessieren? Ja, erstmal, warum nicht? Aber klar, häufig so von Anziehungspunkten, je bindungssicherer man selber wird, umso eher, ich weiß nicht, kann man da von Anziehung reden? Oder umso mehr sucht man die aus? Also wir alle haben wahrscheinlich bindungssichere Menschen in unserer Umgebung, aber daten die nicht? Oder haben die bisher nicht gedatet? Oder ich glaube, für viele der Zuschauer hier trifft das zu, weil die in die Friendzone einsortiert werden. Also deswegen, ja, ist halt die Frage, interessierst du dich für bindungssichere Menschen? Muss ich mal wieder zurückspielen, den Ball? Ja, wie erkennt man so einen bindungssicheren Menschen? Ich würde sagen, ich habe bindungssichere Freunde. Das ist ja schon mal gut. Ich habe die mal analysiert, um mir Gedanken zu machen, was die woanders machen. So, es kommt eigentlich eine sehr gute Aufzählung, muss ich wirklich sagen. Zum einen fällt mir auf, dass sie, wenn ich sie besuchen komme, nie so ein Riesending aus meinem Besuch machen. Sie freuen sich, aber wenn sie noch kurz etwas zu erledigen haben müssen, machen sie das erst fertig. Ja, gesunde Selbstliebe, an sich selber denken, sehr gutes Beispiel. Ich sage ja immer, bindungssichere Menschen sind so ein bisschen kühler, als sich das viele so vorstellen. Also viele stellen sich unter so bindungssicheren Menschen eigentlich so eine Art kleinen Pluspol vor, ist aber nicht so. Bindungssichere Menschen sind so ein bisschen kühler, als das viele so denken. Das ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich, ja. Ich bin von meinem Selbstwert so nie gericht, dass ich schon vor einer Verabredung Essen koche, aufräume und alles perfekt vorbereite. Ja, du weißt ja schon, wo du ansetzen kannst. Also imitiere einfach dieses Verhalten. Einfach ist es natürlich nicht, aber make it until you fake it, ne? Das sind auch schon super Punkte. Es ist aber schon besser geworden, yeah. Manchmal sage ich mir nun auch, wenn sie Hunger haben, können sie ja vorher fragen, ob ich das da habe. Und wenn sie sonst kein Interesse an mir haben, wäre das sehr sonderbar. Ich merke auch, genau, absolut, aber wenn sie nur wegen des Essens kommen würden, wären es keine guten Freunde. Ich merke auch, dass diese Freunde beim Dating immer erstmal ganz cool bleiben. Wieder dieses Thema, bisschen kühler. Oder sich die anderen Personen nüchtern angucken und auch okay damit sind, wenn es nichts wird. Ja, dieser ganze emotionale Hype, der so in Liebesdurchsicht in Beziehung immer da ist, der ist halt nicht da, ne? Dieses ganze Trara und Aufregung, Dopamin, Bauchkribbeln, das ist halt in sicheren Kontexten nicht so da, ne? Sie schwärmen auch nie nach einem Date, so wie ich damals von der großen Liebe. Oder dass sie sich noch mit jemandem zu tollen kennengelernt haben. Ja, also keine Fantasiebildung, keine Fantasiebeziehung. Gibt es auch keine so leichte Neigung zur Liebessucht, so, ne? Aber viele, die so mit emotional instabilen Sachen zu tun haben, man sagt manchmal so, dass sie sich so fünffach verlieben. Das ist auch echt schwer abzustellen, ne? Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ich weiß ja auch nicht, wo du da jetzt stehst. Du hast ja auch schon viel an dir gearbeitet, ja. Vielleicht ist das ja auch gar nicht mehr so krass. Wenn wir uns streiten, dann greifen sie mich nicht persönlich an, sondern beschweren sich über eine Situation und wollen das Problem mit mir lösen. Auch ein super Beispiel, ne? Ich bin echt froh, solche Freundin zu haben, sonst wüsste ich gar nicht, was gesundes Bindungsverhalten ist. Fallen dir noch mehr Beispiele ein? Das Problem ist trotzdem, dass ich viele dieser Fähigkeiten mühsam erlernen muss und teilweise auch nicht beherrschen, weil mein Liebeschiff automatisch anspringt. Ich ziehe bisher selber immer Menschen an mit Bindungsangst oder Suchtthemen. Ich mache seit vielen Jahren Therapie und war damals in der Klinik. Es wird besser. Und was mir hilft, ist auch meine, in Anführungsstrichen, Störung als Lebenslehrenaufgabe zu sehen. Ja, wir alle haben unsere Lebenslehrenaufgabe, dass wir das jetzt überhaupt nicht abtun, aber jeder, jeder struggelt hier im Leben. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Jeder, 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 absolut jeder. Und, ja, du hast es auf dem Schirm, du arbeitest dran. Und, ja, bindungsliche Menschen, wie du schon sagtest, sind schon zuverlässig, aber nicht, also sie sind weder needy, noch bindungsvermeidend, noch manipulierend. So, ne, so, das ist so die Idee, ne. Also es sind schon super Beispiele, dass die, die denken an, an dich, die können an dich denken, die können aber auch an sich denken. Die können halt beides, die denken nicht nur an sich, die denken auch nicht nur an den anderen. Ähm, ja, die sind, genau, fokussiert auf, auf lösungsorientierte Kommunikation, ne. Äh, die bleiben ruhig, ähm, sind nicht so schnell getriggert auch, so, ne. Aber gut, man könnte jetzt so eine ewige Liste machen. Äh, wird vielleicht ein bisschen lang dauern. Äh, trotzdem frage ich mich, äh, wie ich mich für andere Männer überhaupt öffnen kann. Entweder habe ich den Eindruck, dass sie in festen Beziehungen sind, oder ich habe das Gefühl, dass, wenn sie mich kennenlernen würden, für verrückt halten. Ähm, ja, also wie gesagt, ich kenne dich jetzt nicht, ich weiß nicht, äh, aber ich kann sagen, dass viele, viele Männer mögen Frauen, die so ein bisschen emotional instabil sind. Äh, ist einfach so, mögen viele, viele, viele Männer, also da musst du, glaube ich, keine Gedanken machen, weil dieses, äh, also so leidvoll das vielleicht für dich auch manchmal ist, aber dieses emotionale, pfff, bubbly-ge, ähm, ja, das mögen viele Männer. Was wir natürlich nicht mögen, sind Schattenseiten, die damit einhergehen, aber gut, äh, ist ja nur die Frage, kannst du Männer für dich begeistern? Kannst du bestimmt. Ähm, nur sind das die richtigen Männer, ne? Also, weil, weißt du, bei vielen Menschen, die, äh, so im, so mit liebesüchtigen Themen zu tun haben, dass sie entweder, ähm, so bad guys daten, was offensichtlich nicht gut ausgeht, äh, oder sie daten Menschen, die zu needy sind, was auch nicht gut ausgeht, ne? Also, das ist schon der richtige Punkt, dass du einen bindungssicheren, äh, finden solltest, möglichst, und, äh, vielleicht gibt's sie schon länger, und das ist immer wieder, was ich Frauen sage, guckt mal in eure Friendzone, ne? Weil, es ist auch wirklich das Aussuchen, ne? Also, die Frage ist auch, kannst du dich für einen Mann begeistern, der kein Drama bringt, ne? Das ist die entscheidende Frage, so, ne? Trotzdem frage ich mich, wie ich mich für andere Männer überhaupt öffnen kann, entweder, achso, das hatten wir schon. Ich habe gelesen, dass es gut wäre, bewusst auf Männer zuzugehen, die mir sonst null ins Auge springen. Ja, also, also, in dem Lager bin ich auch so tendenziell, äh, was meinst du dazu? Ja, finde ich tatsächlich ein guter, äh, guter Punkt, also, die Männer, also, man muss, glaube ich, andere Menschen daten, ne? Du hast ja ein bestimmtes Beuteschema, und das kannst, darfst du einfach nicht weiter bedienen, also, jedes Mal, wenn du so unruhig, zappelig wirst, äh, ein bisschen obsessiv, äh, aufgeregt, dann ist es wahrscheinlich das Falsche so, ne? Ähm, also, lieber ein ruhiger Datingprozess, Männer daten, die du sonst vorher nicht gedatet hättest, das ist tatsächlich schon, ähm, der richtige Punkt, denke ich. Und, äh, ja, und vor allem sage ich immer, äh, wie datet man bindungssichere Menschen, indem man die anderen nicht datet, ne? Also, das ist auch, indem du immer wieder dir, dem Universum, den Männern sagst, äh, nee, ich bin nicht wieder, ich bin nicht bereit, diese ganzen Spielchen, Drama, niederschwingende Beziehungen, ähm, weiß nicht, total nidi-Beziehungen, total toxische Beziehungen, äh, On-Off-Beziehungen, äh, Bad-Guy-Beziehungen, bin ich, ich bin auch nicht mal bereit, die femme fatale zu machen, falls du was machen solltest manchmal, ähm, auch keine Retter-Beziehungen, also, ich mach's einfach, also, das, der kürzeste Weg ist, häufig, das andere nicht mehr zu machen, und dann sieht man schon, was übrig bleibt, sozusagen, ähm, das ist manchmal einfacher als, ähm, ja, sozusagen, direkt bindungssichere Menschen zu erkennen, weil das ist ja gerade das Problem, dass man die irgendwie immer übersieht, so, ne, die sind ja da, aber man übersieht sie irgendwie, ja, sind auch statistisch irgendwann weniger da, aber in deinem Lebensjahrzehnt sollte das eigentlich noch nicht so der Fall sein, ähm, also, insofern, ähm, ähm, ja, sind das gute Beispiele, so, ne, ich glaub, du kannst dich da weiter in deinen, du kannst dir auch sagen, ich date Männer, mit denen ich auch befreundet sein könnte, so, ne, das wird auch ein guter Spruch sein, und wie gesagt, der kürzeste Weg ist, glaub ich, häufig, die anderen nicht zu daten, immer wieder nein zu sagen, ne, in diesem Sinne, mach die fucking Kurse, dafür sind sie da, guck nicht nur die Videos, Videos sind eigentlich nur Anwendungsbeispiele von meinen Kursen, also, so real stuff in meinen Kursen, und wir sehen uns bald wieder, ciao ihr Lieben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020